Was passiert, wenn der Notruf alarmiert wird? Wie werden Spuren aufgedeckt und Täter gefasst? Warte! 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 Und vor allem, wie fühlt es sich an, wenn man selber mal hinter Gittern ist? Wir dürfen einen Tag lang bei der Kanton Polizei Aargau hinter die Kulisse schauen und sie sogar auf ihrem Einsatz begleiten. Zuerst einmal könnt ihr euch ein Zeug schnell herlegen. Dann könnt ihr zuerst mal einen Kaffee nehmen. Dann könnt ihr mal schauen, was der Tag alles bringt. Heute sind wir den ganzen Tag mit Marco und Daniel von der Kantonspolizei Aargau unterwegs. Und schon nur heute Morgen warten sechs verschiedene Stationen auf mich. Ein Besuch in der Notrufzentrale, ein Training im Schiusskino, ein erkenntliches dienstliche Behandlung, ein Laboruntersuch bei der Kriminaltechnik, das Polizeifahrzeug von A bis Z ausprobieren und mal selber in die Uniform schlüpfen. Am Nachmittag wartet dann das Highlight auf mich. Mit ihnen auf Streifen gehen. Also ein echter Einsatz. Und sie haben wir ganz am Schluss noch ein mega-nices Geschenk mit dem Weg gegeben. Hier drin ist ein bisschen speziell zu sagen, wenn ihr euch merkt, dann haben wir hier, also die Schaffer hier unten, von denen wir auch ein bisschen leisliger reden. Und sonst gehen wir auch hier schauen, ja. Als erstes sind wir dann den Notrufzentrale anschauen. Dort kommen alle Notrufe rein, die über 112, 117, 118 und 144 gemacht werden. Im Schnitt sind das 400-500 Anrufe pro Tag, die dort rein kommen. Marco hat das auch erklärt, warum es in einem Ernstfall auch wichtig ist, nicht zu zögern und direkt zu einer Nummer anzuluten. Zum Teil ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir mal anrufen, weil wir helfen können, wir wissen, wie mit der Situation umzugehen. Respektiv die Leute hier drin wissen dann schon, ob es etwas Ernstes ist oder nicht. Leider haben wir dort verständlicherweise nicht allzu viel filmen dürfen, darum sind wir nachher direkt weiter. Wir gehen jetzt ins Schiusskino. Dani wird dort in den Einsatzhahn. Ja, schauen wir mal. Er kommt die Situation vorgezeigt darüber. Ja. Und muss dann entsprechend auf diese eigentlich reagieren. Hey, Endu, Endu! Endu, Endu! Fahr sie weg, fahr sie weg! Endu, Waffen anboden, Waffen anboden! Endu, Endu! Endu, ich will die Hände sehen! Endu, anboden! Abblicken nachboden! Endu, ich will die Hände sehen! Abblicken! Endu! Abblicken! 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 Der Rezenter muss schnell ein bisschen sehen, was kommt. Weiter vorne können wir dann natürlich nicht. Weil je nach Ebene hätte er jetzt schon die Waffe ziehen müssen, weil halt eine gewisse Bedrohungsslage da war. Deine Aufgabe ist Sicherungsperson, das heisst du sicherst die Situation von deinem Triageur. Für dich klar? Ja. Ok, dann starten wir. Gut, danke. Sitzen bleiben Sie jetzt! Ah, Pohinternschütze! Ok, gut, wir können die Waffen vollstreuen. Wir schauen gleich die Treffer an. Ein sehr guter Wirkungstreffer würde ihn sicher am Bedienen der Waffen einschränken. Das ist ja wie in echt. Ja, ja. Es fühlt sich wahrscheinlich auch so an. Wie echt, weiss ich nicht. Echt habe ich noch nie geschossen. Aber der Puls geht sicher hoch, ja. Weil eben, du reagierst auf diese Szenarien. Auch wenn es nur ein Film ist. Du versetzt dich ja trotzdem ein wenig hinein. Du weisst, du bist ja schon so unter einer Stelle gestanden. Oder im Ernstfall. Der Puls ist schon höher, das sicher. Hi, salut Peter. Freut mich. Ich habe zuerst eine Formulität gemacht. Er erklärt, warum sie Milko Erkenntnisse behandelt werden müssen. Warum sie in den Vettel machen. Und dann unterschreiben. Dann machen wir zuerst die Grössenmesser. Das lassen wir jetzt so. Ja. Und dann dürfen sie hier auf die schwarzen Füsse stehen. Und dann vor zwei Kameras. Einfach mal da rein schauen. Ich meine, das ist ein Schild. Ich habe noch so ein Schild. Ich habe noch eine Seite. Ich habe noch eine Seite. Genau. Wer kommt hier eine Einladung zum Fotograf zu kommen? Also wenn jemand für die Technik steht, eine Schlaftart begangen zu haben. Dann laden wir ihn ent- oder vor. Dann gibt es eine Vorladung. Da kannst du auch reinkommen. Dann machen wir das. Oder die Polizei bringt ihn. Wenn es z.B. in Haft ist, wo noch ein Erkennungsdienstlich behandelt ist. Dann kommt er vorbei. Die Polizei bringt ihn. Die Polizei bringt ihn. Dann kommt er in die Handschelle. Dann packen wir ihn ab. Dann machen wir die Formalitäten. Das ist nichts. Das ist wirklich einfach nichts. Dann nehmen wir diese chemisch behandeln. Der sogenannte Kapelle. Kurz trocknen. Dann nehmen wir mal die Blätter mit. Mit 10 Sekunden pressen. Dann drücken wir die Fingerabdrücke, wenn es drauf hat, entwickeln. Das ist ein blaues Licht. Boah, krass. Und wenn wir acht spezielle Sachen auf dem Fingerabdrücke sehen. Also eine Vergabelung oder ein Punkt. Das sogenannte Auge. Dann können wir das fotografieren und einschicken. Wie so ein Fahrzeug eigentlich aussieht. Grundsätzlich relativ normal. Es hat halt einfach seine Einbauten. Wir haben hier unser Leitsystem, wo wir unsere Aufträge bekommen. Wo müssen wir herfahren, an welchen Einsatz wir gehen. Mit dem können wir die ganze Beleuchtung und alles steuern. Wenn wir jetzt mal aussteigen. Es kann sein, dass wir mal jemanden rausziehen wollen. Mit dem meinen wir eigentlich jemanden von der Autobahn in eine Kontrolle. Dann geben wir ihm hinten dran. Die Polizei bitte folgen. Wissen Sie, sie sollten da jetzt mal anfahren. Habe ich auch schon mal so. Hast du auch schon mal so? Was wir halt auch dabei haben. Da kennt man auch fast ein wenig mehr. Aber ich habe das Doktor vorgekommen, dass es im Einsatz kommt. Das wäre ein Nadelband. Ah krass. Jetzt rührt man es nachher so auf die Strasse. Man rührt es auf die Strasse. Und dann fährt das Zielfahrzeug drüber. Achten wir sind sehr scharf. Die brechen ab. Bleiben im Gnoe stecken. Die Luft geht raus vom Gnoe. Und das Fahrzeug haltet. Oder ist zumindest so eingeschränkt, dass es längst hinfährt. Es gab gerade letztens das Fernsehen bei uns dabei. Es war einer während der Grosskontrolle aus dem Fernsehen. Der andere ist bei uns durch die Verkehrskontrolle gebrochen. Hey! Hey! Hinten hat der gut reagiert. Hat sie gerührt. Er fährt rüber. Und hat den Fluch trotzdem noch ergreifen. Aber man hat ihn dann kurz später voneinander. Ja. Wie sieht die Polizeiuniform aus? Und vor allem, was hat sie alles dabei? Der Daniel erklärt es uns? Wir haben hier angefangen bei den Dienstwaffen. Weiter geht es. Handschellen. Schlüssel für die Handschellen. Schlagstock. Kabel. Okay. Dann hier haben wir Taschen für Zusatzmagazine. Lampen. Oder Sackmesser. Je nachdem. Und natürlich das Funkgerät, das wir auch richtig brauchen. Was sind die Sachen, die du am meisten brauchst? Ja, am meisten brauchen wir das Funkgerät, um mit der Einsatzzentrale oder anderen Patrouille zu kommunizieren. Handschellen brauchen wir viele. Händschäle, die wir immer dabei haben. Oder natürlich den Kugelschreiber, um irgendwie Notizen zu machen und Aussagen aufnehmen. Und danach war es endlich so. Wir haben uns bereit gemacht für unseren Einsatz am Nachmittag. Hallo, danke. Freut mich. Hast du etwas gesehen? Sehr viel, ja. Gut, und jetzt kommt der spannende Teil. Okay. An den Schuhen könnten wir noch arbeiten. Aber bevor es so wie war, haben wir mit allen zusammen zuerst noch eine Besprechung gehabt. Peter, willst du noch etwas sagen? Gute Einsatz. Eine Worte, gute Einsatz. Und vor allem kommen wir kurz zurück. Gute Dienstag. Gute Dienstag. Was hier als erstes passiert ist, unsere Patrouille fährt hell. Es wird abgesichert. Es wird geschaut, dass nichts mehr passiert. Und jetzt haben sie vorhin schon eine Triobahn gestellt. Somit ist im Verkehr klar, ups, da vorne ist irgendetwas nicht gut. Verlangsamt. Und es passiert eigentlich nichts mehr weiteres. Nachdem das eine andere Patrouille den Fall übernommen hat, ist es für uns direkt weitergegangen. Und das mal mit einer Blaulie. Also was wir jetzt haben, ist, wir haben ein Tier auf der Fahrbahn. Unklar ist, ob das noch lebt oder nicht. Auf jeden Fall ist es zumindest auf der Autobahn. Ist in dem Fall eine Gefahr für die Verweitere und natürlich für sich selber. Und worüber zu schauen. Es ist definitiv ein sehr spezielles Gefühl mit 170 über die Schweizer Autobahnen zu berättern. Und nochmal über ein Rotlichtsignal rüber zu fahren. Tani wird den Verkehr heruntertempieren. Und ich kann dann hinten die nicht überholen auf die Matrix tun. Somit sollte der Verkehr hoffentlich klar sein, dass wir uns in diesem Moment überholen. Dann können wir schnell anhalten. Ich putze den schnell von der Strasse. Und dann können wir wieder weiter. Genau. Krass. What the fuck? Nachher ist aber am Nachmittag zum Glück nicht mehr allzu viel passiert. Und ich durfte selber auch die Erfahrung machen, wie es sich anfühlt, verhaftet zu werden. Und ich muss echt sagen, ich bin froh, dass das nur gespielt war. Aus meiner Sicht ist es ein riesen Privileg, in einem Land zu leben, wo es so einen hohen Standard an Sicherheit hat. Und das verdanken wir definitiv unserer Polizei. Darum danke dem Marco, dem Dani und dem Kantonspolizei Aargau für euch in Alfred und den coolen Tag bei euch. Das ist richtig nice. Mega, mega nice. Das war ganz schön. Das war einiges Läues gerade.